Ich danke sicher Lichtensteiner. Stefan Lichtensteiner. Valon Berami, Stefan Lichtensteiner, Giuro und Bia Tumor. Ich würde sagen sicher mal der Steff, der Valon nehme ich an. Stefan Lichtensteiner und Jemma, die schon länger dabei sind, glaube ich, dass sie alle schon über 70 sind. Ich danke dir. 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 Ich danke dir.